Hallo, schön, dass du heute dabei bist. Lilly und Nico haben einen Turm aus Bauklötzen gebaut. Den wollen sie jetzt auch einmal aufmalen. Ihre Bauklötze haben alle die Form von Quadern. Aber irgendwie sehen die gemalten Bauklötze nicht unbedingt nach Quadern aus. Sie wirken irgendwie schief. Einige von Lillys und Nicos Versuchen siehst du hier. Zusammen werden wir daher jetzt lernen, Quader richtig zu zeichnen. Wir fangen an mit einem Rechteck mit einer Länge von sieben Kästchen und einer Höhe von drei Kästchen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.